Hallo Leute, DSO ist wieder da. Willkommen zur nächsten Folge No Man's Sky. Ja, mein Anzug ist blau, in der letzten Folge auf der Raumstation eingefärbt und bin noch durch das Terminal hier. Zurück zu meiner Basis und das Coole war, mein Schiff ist auch da. Also ich muss jetzt nicht irgendwie irgendwas machen, dass mein Schiff kommt. Ich sehe hier gerade, der ist jetzt mittlerweile leer. Ich habe ein paar Tage tatsächlich nicht gespielt. Ist mir aber erstmal egal, weil wir gehen jetzt mal hin und können ja irgendwas Neues machen. Im Übrigen, neue Aufgabe wählen. Machen wir gleich. Wenn es dir gefällt, freue ich mich wie immer über Like. Gerne auch einen Kommentar schreiben, wenn du Tipps hast, Hinweise, Fragen, irgendwas. Schreib in die Kommentare, dafür sind sie schon. Ja, und wenn du den Kanal unterstützen willst, mich unterstützen willst, dann findest du ein paar Infos in der Videobeschreibung. Und die einfachste Möglichkeit, die du hast, ist ein Abo da zu lassen. Hilft dir auch, dass du keine Folge verpasst und mir hilft, dass der Kanal wächst. So, soviel der Vorrede. Jetzt mit Entschlüsselung beginnen. Mal gucken, was jetzt kommt. 16, 16, 16. Das wissen wir schon, was immer das bedeutet. Nachricht folgt. Der Reisende findet seine Flügel. Äh, okay. Ah, noch Fragen? Lebenszeichen entdeckt. Signalempfang. Irgendwo da oben. In den, in den, in den Weiten des Weltalls vermutlich mal. Okay. Wer gibt dich zum Signal? Also, wenn wir erstmal gucken, ob wir hier irgendwie was reinfüllen können. Ähm. Kann man den Kohlenstoff fahren. Kohlenstoff, die weg. Aber gut. Äh, warte mal. Ich hol mir schnell noch ein bisschen Kohlenstoff. Ähm. Sauerstoff. Jetzt müssen wir ein bisschen was haben. Okay, ganz hilfreich. So. Das ist ein Sauerstoff. Und dann müssen wir ins Raumschiff. rein. Und müssen starten. Nicht genug Treibstoff in der Startdüse. Aber, ich habe ja. Baumschafttreibstoff gemacht. Und wir können nochmal gucken, äh, aufladen. Vektor, Impulsantrieb 85. Das dürfte reichen. So, dann heben wir mal ab. Gucken wir mal. Weil ich glaube, wir müssen dafür ins Weltall. Und? Okay. Das Signal spielt gerade ein wirkliches Notsignal. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, planetare Interferenzen. Also, ich muss erst mal an dem Planeten vorbei. Und dann kann ich... Okay. Ja. Ruidenfeld. Hier raufschieben. So, warte mal. Hä? Bei neuen Gegenstand-Katalogen. Silber. Huch. Ich glaube, ich bin gerade irgendwo hinten. Ritium Hypercluster. Ich könnte also nicht zu weit rückwärts fliegen. Nein, nicht offensichtlich. Eps. Im Hypercluster. Okay. So, aber eigentlich wollen wir ja zu diesem Signal. Guck mal, das ist. Ja. So. Ist das noch... Okay, ist tatsächlich noch derselbe Planet. Ich dachte fast, dass... Ich dachte sogar, dass wir ein anderer Planet, aber... Na gut. Fliegen wir mal dahin. Gucken mal, was uns da erwartet. Oh. Was? Abgestürzt. Ein Riesenschiff ist abgestürzt. Wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht schießen. Bin ich wahrscheinlich... Perfekt gelandet, oder? Perfekt die Nase hier reingesteckt. Okay. R-Scan aktivieren. Ne, ich muss das analysieren. Viel erfasst. Ja, das ist da. Okay, aber erstmal... Schauen wir uns die Maschine an. Nehmen die Substanzen mit. Unser Raumschiff. So. Rück. Und da drüben war noch ein. Was herstellen müssen. Kohlenstoff und verdichteter Kohlenstoff. Nehmen wir auch mit. Das ist Teilfragen. Alles klar. So. Hier noch irgendwas raus. Mal gucken. Achso, Raumschiff geht nicht, weil nicht in Reichweite. Erhalten, auch nett. Ja, und dann ist da... Offensichtlich... Ein riesen abgestürztes Raumschiff. Kann mich nicht... Ich weiß nicht, ob das... ... beim ersten Playtroll auch schon... ...binden da war. Nein, halt. An diesem Modus. Alles klar. Okay. So. Die Frage ist, wo genau müssen wir jetzt hin? Und was erwartet uns hier? Final wird festgelegt. Ja. Ah, hier. Raumschiff rufen. Okay. Achter Terminal. Übel der Anomalie. Protokolle beschädigt. Naja, das ist ja logisch. Das ist ja immer alles, die beschädigt. Protokolle anfordern. Notplan nehmen. Okay, Hyperantrieb. Chromatisches Metall und Mikroprozessor. Okay, das muss ich also machen. Mikroprozessoren kaufen oder beschaffen oder finden. Und chromatisches Metall erfinden. Ähm. Könnte ich dann an meiner Basis machen. Ja. Frage ist. Ist hier sonst noch irgendwas? Was? Giftschutz. Giftschutz. Nimm ab. Giftschutz. Stabilisiert sich. Ah, danke. Frachtkapsel. Gucken wir mal rein. Ah, okay. Substanz. Und Metall. Gut. Nicht so Perfekte. Äh. Aus irgendeinem Grund ist meine Lampe oder? So. Nee. Er so war an. Okay. Ich dachte, sie wäre aus gewesen. Na gut. Hier ziemlich wenig hier drin. Die Teile sind, haben nichts. Okay. Gerade eigentlich. Ich dachte, vielleicht kriegen wir so ein paar Mikroposressoren oder irgendwas. Ein bisschen weiter gucken, ob wir eine noch mehr finden. Ich habe nicht so richtig Hoffnung. Da oben nochmal gucken, ob da noch irgendwas ist. Irgendwas ist. Komm ich in das Ding hier auch. Ja? Hier ein Antriebsding. Ich kann zwar reingucken, aber ich kann nicht reingehen. Hm. Eigentlich. Eigentlich. Durchbacke. Was ist da unten? Ach, da können wir dann auch nochmal hin. Jetzt sind wir ganz oben. Ja gut, ich glaube, auf den Turm komme ich dann nicht mehr rauf. Nicht sinnvoll. Da würde ich mich auch nochmal umgucken, ob da vielleicht noch irgendwo ist. Aber jetzt machen wir erstmal ein Foto. Hallo? Ah. Perfekte. Stiebeldichte, Vignetierung, Wirdschirmfilter, okay. So. Okay, also da unten war ein Frachterwurf. Da hinten werde ich noch mal gucken. Und dann würden wir zurück zum Schiff gehen, denke ich. Und wir zurück zu unserer Basisbüsen und gucken, dass wir da und das Technologie-Modul. Aber da auch noch. Vermute mal, es gibt sowas wie Fallschaden. Müssen wir es mal von aus. Ist gerade nicht ausprobieren. Pilzgefahr. War gut, Schutzhandschuhe. Habe ich nicht, aber irgendwo gab es doch hier den Frachterwurf. Wie weit weg war, Rani? Von oben ganz einfach zu sehen, von hier unten, nicht zu auszumachen. Super, oder? Mein Raumschiff. Da drüben. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Gucken. 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 Nichts gefunden. Schade. Okay. Ähm. Dann. Ähm. 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 So, ich mach hier kurz nochmal in dieses Ding hier rein. Mach mal das genau hoch. Um meinen Giftschutz zu regenerieren, hier. So. Ähm, und da warten wir mal kurz. Zubetreten, fang bitte. Äh, und so hab ich hier irgendeine Anzeige. Äh, merkwürdig. Okay. Okay. Aber nur da eine Ecke. Können wir hier davon machen. Liegt mir aber auch nichts. Nur hier. Runter. Ähm. Warte mal. Was? Und da scheint auch noch was zu sein. Wo ich da noch mal hin? Hier waren wir noch nicht. Aha. Noch eine Frachtkapsel. Äh. Ist derselbe. Glatter Radatsch. Schade, schade, schade. Schön es gibt. Kann ich nicht. Entweder ist nichts drin. Oder ich kann nicht zugreifen. Okay. Na gut. Das war das. Und das war das. Richtig. Dann muss ich hier lang. Okay. Das war's. Ich binembärger prima. Entweder. Nicht. Vertraue. Das war's. Nicht. Nicht. Entweder. Identifizierte Pflanze? Irgendwas war nicht identifizierte Pflanze? Sind sie nicht. Hm, ich weiß nicht. Ähm, vielleicht gehen wir erst mal außenrum einmal gucken. So, gehen wir mal mit. Rückelgif. Veransammlung. Begrabenes Technologie-Modul. Halte ich mal, das markiere ich mir mal. Ach ja. Mal uns hier einmal um. Hier noch irgendwas geben. Umteil noch. Ehrlich, Herr Flau. Was ist auf dem Motto? Hm. Wenn man hier irgendwas finden könnte. Geht's ab, tatsächlich Okay, dann laden wir mal kurz das Lebenserhaltungsauf, das wird mit Sauerstoff aufgeladen, da haben wir genug Dann gucken wir einmal Ist da einmal so ein Im vergrabenen Technologie-Modul, das macht glaube ich Sinn Man müsste eigentlich über den Planeten laufen können und zur Basis kommen, oder? Ankunft in eine halbe Stunde, nee Ist das eine halbe Stunde, oder ist das, doch Halbe Stunde zu über den Planeten laufen und bei der Basis Wäre doch mal was Ähm, warte, nur kurz, ob es hier in der Nähe noch irgendwas gibt, was ich gesehen habe Ich habe noch Vorrat Verdächtiges Hyperantrieb-Modul? Okay Ein verdächtiges Hyperantrieb-Modul, das ist klar So Ähm Oh So Und mein Mein Ähm Schutz vor Giften langsam Beutelgift Gefahrguthandschuhe erfordert Okay So Jetzt machen wir folgendes Wir Basteln hier mal kurz runter Müsste sich das Level eigentlich Haut sich wieder auf Oder sind wir nicht Noch tiefer Oder bleibt es dann nur gleich Ah, ich dachte der Giftschutz Haut sich auch wieder auf Aber dann bleibt er nur gleich Okay So Das heißt Müsst ihr jetzt zum Raumschiff Raufen Besser, wenn ich das schaffe Boah, ich kann das Den Giftschutz ja auch so auffüllen Gucken wir mal Gefahrenschutz auf Laden Natrium Okay Das ist hier noch Gibt Kopf Äh Hier Gibt Schotts Nämlich ab Gute Objektive Gibt's da Ja Wir gucken uns einfach mal um Was wir hier noch so finden Also wir haben jetzt Ne Selbe Stunde Gemacht Gibt's da Gibt's da Oh, der Schottsprachtkampf Wo ich irgendwo an dieser Seite rankomme auf der seite kann ich die ich komm rein doch jetzt auch nur das na gut so ich glaube fast ich werde jetzt im off ein bisschen weitermachen ich muss ja sammel sachen sammeln für das den hyperantrieb schiff kommen und dann sachen sammeln und den alles vorbereiten so dass ich den hyperantrieb installieren kann aber das werde ich im aufmachen weil das sammeln nicht so so sehr spannend gehe ich jetzt machen vielleicht ja doch aber dann habe ich ja gerade was gemacht und ich würde einfach sagen wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder wenn ich es zusammen habe ich noch ein bisschen durch irgendwas durchwühlen was hier noch so was sie noch finden wir es dann leute vielen dank fürs zuschauen